Willkommen zurück zu unserem großen Bluetooth-Speaker-Test für Geräte unter 100 Euro an meiner Seite. Auch in Folge 3, MC Sublime aka Basti, der mir mit Rat und Tat zur Seite steht. Los geht's! Heute geht's bei uns in Folge 3 um Anker Soundcore Flair 2, eins der neuesten Geräte bei uns im Test. Das ist von 2020 tatsächlich. Futuristisch sieht's ja auch schon aus. Falls ihr Folge 1 und 2 verpasst habt, verlinken wir oben für euch. Auf jeden Fall auch noch angucken. Bose Soundlink Micro und die Sony SRS-XB32 haben wir schon getestet. Wir fangen an mit dem Design. So, wie immer beim Design, Sublime sagt was zum Design. Fang doch einfach mal an. Die Soundcore. Das erste, was natürlich auffällt, der zweite Blinker im Test. 2020 bleibt sich treu. Es wird geleuchtet. Ist auch hier wieder Geschmackssache. Was natürlich aber auch sehr, sehr stark auffällt, ist die Ähnlichkeit zu... Ja, was sagt ihr? Wie sieht das Ding aus? Schreibt's in die Kommentare. Meiner Meinung nach ein bisschen sehr auffällig. Ansonsten kommt die ganze Geschichte wertig daher, würde ich schon sagen. Steht stabil und macht erstmal auf den ersten Eindruck schon was her. Was sagst du dazu? Kann ich nur beipflichten. Ist hier schön verkleidet. Ist auch nicht allzu schwer. Wiegt so rund 600 Gramm. Kann man erstmal so nichts dran aussetzen. Aber gut. Ja, ich würde sagen, wir checken mal, was das Ding im Sound kann. Ja, was den Sound angeht, ist da die kleine Besonderheit, dass wir hier einen 360-Grad-Sound haben, der quasi hier für eine allumfassende Beschallung sorgen soll. Konnten wir so auch feststellen. Was allerdings ein bisschen sehr auffällig war, dass das Soundbild als solches sehr dünn war. Das heißt, auch hier, und das haben wir ja bei den anderen Boxen im Test auch schon gehabt, sobald es ein bisschen lauter wird, kommt das Baby schon an seine Grenzen. Wir haben eine Bass-Funktion, die ist auch tatsächlich notwendig, muss ich jetzt auch vorab greifen, weil ohne die Bass-Funktion der Bass leider halt dann auch nicht wirklich vorhanden. Aber an sich vom Sound her schon eine der Besseren. Ja, Basti hat recht. Eigentlich die Bass-Funktion natürlich erst was für unsere Extras, die dann noch kommen. In dem Fall kann man das Gerät aber ohne Bass-Funktion ja kaum benutzen, außer man mag es, also ich weiß nicht, absolut ohne jeglichen Bass-Klang. Aber das kann ich mir leider nicht vorstellen. Absolut richtig und man muss halt einfach mal davon ausgehen, dass wir aktuell natürlich in der Musikwelt sehr, sehr basslastige Sounds haben und auch sehr, sehr viel eben mit Equalizern gearbeitet wird und sehr viel mit Clubbeats und solche Geschichten und da muss man das immer wieder mit berücksichtigen. Wir kommen weiter zum nächsten Punkt, der Akkuleistung. Ja, da ist die Soundcore Flair 2. Jetzt kein Ausreißer in irgendeine Richtung, wird mit zwölf Stunden angegeben. Ja, hält auch ungefähr so in dem Bereich um die zwölf Stunden, wie immer, je nach Lautstärke. Solide, reicht aus. Ich finde, jeder kann nach zwölf Stunden das Ding auch mal laden. Die meisten Partys, die länger gehen, werden nicht mit solchen Dingern hier Bescheid. Gut, ansonsten, ja, kommen wir dann mal zu den Extras. Ja, die Extras, da sage ich mal so, da ist ein ganzes Potpourri an Extras Unlimited, 360-Grad-Sound. Der ist auf jeden Fall 360, natürlich ist er auch Unlimited, natürlich wieder so ein Werbewörtchen, Unlimited, 360-Grad, klar, man ist einmal rum, aber Unlimited, okay, nettes Wort. Bass-Up-Technology. Wir nennen es jetzt einfach mal Standard-Bass, also ich finde nicht, dass man das überhaupt hätte an- oder ausschalten müssen, es hätte eigentlich standardmäßig drin sein sollen. Dual-Beat-Driven Light Rings, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist natürlich absoluter Knaller wieder, 2020, wir haben es gesagt, LED-Zeitalter. Was haben wir noch? Link 100-Plus-Speakers. Kennen wir schon vom anderen Blinker im Test von der Sony, scheinbar auch ein absolutes Charakter, Charakteristika eines Blinkers, 100 Stück damit zu verbinden, auch hier viel Spaß im Freundeskreis, wenn sich jeder das Gerät holt. Das ist dann wirklich, ich weiß nicht wie viel Grad, mehr als 360 Grad, 100 Stück dann machen, ja, wird auch eher die Ausnahme sein. Fully waterproof. Das ist immer ganz nett tatsächlich, dass die Dinger eben ins Wasser fallen können. Ich würde sagen, die Hälfte der Funktion, die hinten drauf steht, naja. Ansonsten. Jetzt ist natürlich als letzter Punkt hier noch die App ausgewiesen, aber das haben wir ja in den anderen Videos, ihr könnt es euch gerne nochmal angucken, haben wir ja schon darauf hingewiesen, dass das mittlerweile Standard ist. Das ist für Sound und man kann die Lichteffekte noch customisen, naja. Okay, kommen wir zum Fazit. Ja, die Soundcore Flare 2 ist auf jeden Fall auch eine stabile Box, liefert soliden Sound. Die 360 Grad Funktion ist tatsächlich auch ganz nett, um sie in die Mitte zu stellen. Das muss man bei den anderen schon bedenken, dass die echt nur viele nur in eine Richtung strahlen, die eben nicht hier diese Ummantelung haben. Ich würde die Box jetzt auch nicht für die große Party empfehlen, auch nicht, wenn man zwei davon hat. Das ist so eine Geschichte, die man sich halt dann irgendwie ins Zimmer stellt, wenn man mal ein paar Leute zu Besuch hat, man irgendwie entspannt zusammensitzt, das Licht ein bisschen gedimmt ist, dann gibt es da noch ein bisschen Party-Feeling. Aber jetzt für die komplette Beschallung von so einer Party? Kleingruppen. Ich würde sagen, kleine Gruppen, Hintergrundmusik auch. Kannst du genauso gut auch draußen verwenden, wenn du dich draußen triffst mit Leuten. Gute Lautstärke, sodass man sich noch unterhalten kann. So, das war es auch schon mit Folge 3 unseres großen Bluetooth-Lautsprecher-Tests mit Geräten bis 100 Euro. Nächste Folge haben wir für euch ein ganz bekanntes Gerät, die Boom 3 von Ultimate Ears. Ob die wirklich Boom macht, werdet ihr erfahren. Die Folge haben wir euch oben auf jeden Fall schon verlinkt. Ihr könnt direkt reinklicken in unsere Folge 4, die Boom 3. Und natürlich, falls ihr die Folgen davor 1 und 2 verpasst habt, die Bose-Box und auch die Sony-Box, könnt ihr auch noch angucken. Alles in unserer Playlist. Wir sehen uns beim nächsten Mal.